hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal lamastella hd und ja das ist mein erstes video fast so halb sagen wir mal so halb erstes video das liegt daran weil ich habe früher schon mal den kanal wie das gemacht circa 30 stück und die habe ich dann gelöscht ich war nicht mit ihr zufrieden mit den videos und jetzt habe ich eigentlich der bock dazu und ja es kann sein dass das erste video etwas die musik etwas laut ist also überhaupt nicht so ja gut ist das heißt nicht gut ich muss halt noch grob wie ich das musik lautstärke und so mache jetzt mal in die kommentar schreiben dass so okay ist oder nicht und ja es kann auch sein dass man mit mausklicken hört es kann sein ich habe gerade mal geklickt ja es liegt daran weil meine maus irgendwie verlaut ist das könnt ihr auch mal in kommentar schreiben ob ihr das muss klicken hört und ja kommen wir mal zum thema zurück wir labern nicht immer heißen brei ja ich möchte ein neues projekt starten beziehungsweise challenge challenge heißt dass ich jeden spielen muss man von kommentar server spiele ja jeden spiel muss ja jetzt gibt auch ein seleb alle einzelnen spielmodus ja das habe ich vor vielleicht mache ich heute auch schon zwei vielleicht nur eins mal schauen dann fangen wir mal mit sg an denke ich mal und ja quicksg habe ich mich für entschieden machen wir so dass wir auch schon drinnen hier ich heiße übrigens xlama und ja auch falls noch von früher abonnenten hier sind hallo wieder zurück ich bin wieder da bin wieder aktiv vielleicht nein ich versuche es aktiv zu bleiben wenn es auch die tage immer hat diese challenge kommen durch jeden tag alle spiele und ich muss mich gerade konzentrieren deshalb war ich gerade so leise den habe ich auf ok 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 ich ziehe da gerade ich ziehe da gerade ich sehe da gerade die na gut irgendwie ist da doch einer ne hier ist eine brustplatte hier ist einer oh der hat die hat die hat brust das fand ich nice voll Na gut. Okay, die hat Schest. Ist bereit. Und ja, was ich noch sagen wollte. Ähm, wenn ich mein Spielmodus verkacke, also, beziehungsweise hier jetzt in der S.G. speziell, wenn ich sofort als erster sterbe, ist das egal. Ich muss es hochladen. Ich muss immer die erste Runde nehmen. Also, ja. Ich hab nicht mehr Versuche. Auch wenn ich früh sterbe, ich muss es dann hochladen. Ja. Das wollte ich auch noch sagen. Ich finde, das steigern reizt etwas. Nicht zu sterben. Jo. Ah. Da sind noch welche. Da sind noch welche. Ich glaub, den krieg ich auch nicht. Da färb ich es einfach zu schlecht aus. Boah, älter. Eisenshirt. Crap. Alter, ich muss das Schwert kriegen. What the fuck. Oh, crap. Ach, da ist es. Ja. Okay, dann habe ich noch Bogen hier drauf. Das hier drauf. Okay. Oh, alter. Boah, das war ein Combo. Ach, schade. Achso, noch eins gegen eins. Okay. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Das ist doch echt chillig hier. Das wär geil, wenn wir gewinnen, Jürgen. Okay, ein Hit nochmal. Kriegen wir ihn? Das wär natürlich schon geil. Oh, nochmal getroffen. Sauber. Oh, fuck. Komm schon. Kann sein, dass ich grad nicht viel rede, aber... Kann ich auch grad nicht, ehrlich gesagt. Boah, alter. Ich muss den jetzt nochmal kriegen. Ich hab ziemlich scheiß grad gekämpft, das muss ich sagen. Aber nun gut. Geil. Mal getroffen. Ich glaube, den nochmal safe. Ja, okay. Es ist halt aber... Ja, es ist Teams verboten, wenn einer das reportet. Zum Beispiel ein Spectator das reportet. Ist man halt gebannt. Schreib ich mal GG noch. Ja. Ich bin sicher aus dem Check gebannt, weil ich einmal Easy geschrieben habe. Ich weiß auch nicht, was mit Gobble Team los ist, aber... Naja. Wir sind jetzt so ungefähr bei sechs Minuten und... Es lief doch schon was. Schwitze. Erste Runde gewonnen. Und das war in der ersten Runde. Ich hab nicht... Ich darf ja nicht vorher aufnehmen und die erste Runde rausnehmen. Nein, das war in der ersten Runde grad. Und ja. Sechs Minuten grad das Video. Ich denke, wir machen keinen zweiten Spielmodus heute noch. Wir lassen uns meinen ersten Spielmodus. Und ja. Hat schon ziemlich Spaß gemacht. Dernächst kommt... Ja, der zweite Spielmodus. Und ja. SG haben wir jetzt schon geschafft. Beziehungsweise... Vielleicht mach ich noch das normale SG. Das war ja grad Quick SG. Wir sehen mal. Also... Jo. Wir sehen mal. Ich darf das zweite machen. Na, was ist das für's heute? Für's heute Video. Und ich würde mal sagen... Wir sehen uns bald wieder. Und ciao. Wir sehen uns bald wieder... Bis zum nächsten Mal.